Alright, wir kommen zu einer weiteren Folge Sounds of the Forest Story bis jetzt Das ist ja irgendwie gerade die Story war da Im Winter können wir nicht viel machen außer die Story zu spüren Sommer und Frühling kann man schön bauen Sondern man hat jetzt irgendein cooles Winterbauprojekt was man unbedingt im Winter machen muss Müsste muss So, dann wird's jetzt gut nicht da So, ein Buch nehmen wir mit Timmy Das ist Timmy Und wer ist er? Warte mal, wir haben noch eins Name Name Grad C Code 1 1 7 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Achso, High Security Risk, untergesucht, Management, Pfeile, Armbrusbolzen, speichern, Ich hab die Mappe überspeichert. Nein, ich hab die gute Mappe überspeichert, oh nein. Scheiße, kann man nicht irgendwie s- Scheiße. Gut, Zeit umsonst verschwendet, ich hab uns an eine schöne Burg gebaut, toll. Okay, jetzt geht's weiter. Machen wir hier eine schöne Burg, ein DRK-Urteil. Am Ende aber dann mach ich einen kreativen Modus. Ah ne, hm, wir können hier ja noch gar nicht weiter, ah ja, ich bin dumm. Denken wir nicht mit, wir müssen zuerst in den anderen Bunker, wo wir die Feuerwehr axt, kriegen die viel geiler aus als die hier. Ach, Scheiße. Scheiße, ey. Ist ne nervt. Ich glaube, dass ich so viel Zeit gehabt habe. Na na. Okay, gehen wir jetzt erstmal zum anderen Bunker. Finden wir wohl immer auf den nächsten, ne? Oh, jetzt mit dem Bara hat er das dazu noch, nicht nur erstmal. Uff, da ist er. Ich muss immer so in den Dreieck fahren, immer so, das ist nervig. Hier hab ich auch mal gebaut, das war auch toll. So. So hier müssen wir graben jetzt So schaufel hier Schaufel rein, Luke auf, rein in den Bunker Was ist denn Luke? Maintainment, aah Hallo? Wo muss ich ihn jetzt graben? Hier Ich hab übrigens auch das Achievement Maul wo, oder wie das Ding hieß, wo man über tausend, wo man tausend Becher graben musste Das Bukle nervt doch Brüli, ich muss doch jetzt alles wieder zuschieben mit dem Sch... Ok... Jetzt Ah, da Maintainment, aah Ich bin echt gespannt was im nächsten Update passieren wird, in der Vollversion glaube ich ist das So... Erstmal sehr gruselige Sturm, in der zweiten Seite sind Babys Oh, das war ganz kurz Karte Das ist eine Musik Karte Album, Album, komm mal, da ist das Teil Mel Oh, da ist gut Ich bin nervös, außer dieser sehr... den sehr armen Dude da Sam Sound Aber wir wissen das Buch Und ich auch Bist du das einzige Gehörde? Ach... Entschuldigung, was muss passieren wenn man hier stirbt und man auch die Spawn wahrscheinlich da oben in der Decke hat? Ah... 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 So... Ich hab die Angst... Wollen wir jetzt hier noch mal gucken wer ist im Gewinn? Ne, ich ver-biss mich Ich weiß, dass es Kohlen über Sieg ist So... Jetzt Geht's hier hoch Dann geht's wieder zum... Äh... Fitnessbunker, glaub ich Oh, Friedem 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 Und es schneid wieder ein Junge... Junge... Er ist nervt Schnell nervt ... Alter... ... ... ... ... ... ... Schön, dass wir dieses Krant-Ding haben. Na, bei mir bin. Aber voll lange mitgegeben. Voll lange gepatscht. Oh, das ist ja gut. Oh, das ist ja gut. Oh, ein Fat Maier, nur ein Heavy Maier hier, so So, so cold and wet Nice So Sooo, kurz hier rein, abgebogen, ich dachte ich könnte eine schöne Platine rausquetschen. Gut, dann geht's mal hier weiter und nachher müssen Auto in der Sonne durch so'n Ding durch, ne? Sooo, sooo, was ist denn das? Schuss! Schuss! Hehehe, Radar-Kinti! Moin! Moin Kollege! Kann man auch trinken, ne? Ja! Ich frage mich aber, warum ich das so unbedingt mache, ich dachte... Hehehe! He's ertrinkt! Ich werde hier mal genau was tolles geben! So gelegentlich! Nein! Mach nix zu mir, das ist ja irgendwie so eine geile Physik... Stun-Gun Boi, ich muss mal schauen, ob das Geld ist Out of order! Meine Axe ist schneller geworden! Was soll er machen wenn deine Beine nicht da da sind? Da ist noch ein zweiter! Lauf! Ach man was macht der? Nein! Ich hab doch ge- Ich hasse ihn, ich hasse den Dude ey! Aber ich muss das auch gerne sagen, jeder Axe ist der Dude! Diese Fingerfritzen ey! Fingerfritzmeineke ey! Ach, ich sehe dieses Zeug! Da sieht man aus und da sieht man in den Tapfen! Nein, ich muss nur meine Axe auflegen! Sag meine neue Axe! Sohne Achse Achse Just das Ich hab auch Rüstung, damit zieh ich dich nicht an! Und warum werde ich es gleich nicht tun? Da ist alles gestoppt. So. Ich würde hier vielleicht ein bisschen an dem Stand halten. Ich trage einen Elfinger in die Hütte. Ihm hat es auch erwischt. Jetzt ist er sowieso nicht gut hoch. So viele Euro kommen ja auch nicht mehr. Jetzt! Die! Oh Gott, der ist auch als offen. Er nicht. Das macht man eigentlich nicht den Ding an. Aber traurig. Er ist ein Ding. Ich muss sie einfach wieder auf den Hütte werden. Ich musste erst auf den Hütte. Ich muss sie einfach nicht auf den Hütte werden. Ich muss sie einfach nicht auf den Hütte werden. Oh Gott, der ist ja auch nicht in Hütte. Oh Gott. Er ist ja auch nicht in Hütte. Das war's für heute. Vernünftig. Hier ist doch gerade eben so einer an der Scheibe lang geklettert. Aber nur ekelhaft. Eben einer an der Scheibe, das hab ich gern gesehen, aber wie ihr sehn. Warum ist hier alles Glaswand? Ich bin da durch. Ich will ihn da drüben und nicht reinhauen. Naja, wir gehen mal weiter. Also es kommen glaube ich noch ein paar weitere Bunker, hoffentlich noch dazu. Also es ist die Vollversion, das heißt wir können uns einiges erwarten, können wir da. Ja. Zuerst muss ich ihn mit dem hier angucken, der so ausverangetar in der Fassade hat. Aha. Aha. Kann auch immer wieder alles an. Ich sag mal so, ich will auch. Ah, was ist das? Ist das das Schiffe? Das ist Boote! Ja, ich hab da unten sind Boote. So, I need to clean this up. Aha. Da haben wir hier. Ich weiß nicht, was das hier hinten bleibt nur ein Ding, es gibt hier eine Schlüsselcard. Gibt es hier? Ich glaube, damit haben wir alle, oder? Die Virginia, die Virginia Schlüsselcard dafür oder nicht mehr. Arnold. Kant. Kant? Kant? E-Mail. Von... HANK! Die lese ich mir alle mal durch, irgendwann. Private. Private. HNW. Ich geh mir alle mal weg. Unabhängig. Noch eins? Stoppf. Dann. Schrotflutt. ... und... ... 300m... ... und... ... was ist das? Da gibt's mal eine Station Oh ja Ey, ich will da rein ... Hinter dem... ... nein ... ... ... ... ... ... ich probier mal die Gitarre aus wie die reinhaut ... 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 So weiter, der ist auf die Klappe gerade gebrabbelt. So weiter, der ist auf die Klappe. Cool. Gitarren. 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 Untertitelung des ZDF, 2020